Neulich im Podcast Lage der Nation sagte der Klimaforscher Jochen Marotzke, nur mit Verzicht, nur mit sagen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, halte ich es für ausgeschlossen, dass wir das Klima wirksam schützen. Niemand sagt nur mit Verzicht. Es gibt aber wohl Leute, die sagen, die Technik wird es alleine richten. Wir müssen nicht verzichten oder mit Verboten arbeiten. Die Technik wird einiges lösen. Für andere Sachen sind Verhaltensänderungen besser. Ich kann mit E-Fuels fliegen, aber wenn ich weniger fliege, brauche ich nicht so viele E-Fuels und nicht noch mehr Windräder und Solaranlagen. Wir haben ein Dreieck an Optionen. Gute Sachen kann man durch eine Förderung anreizen. Schlechte Sachen mit einer Bepreisung teurer machen. Aber wir haben auch das Ordnungsrecht. Wir können Sachen verbieten, wie Rauchen in der Öffentlichkeit oder Du sollst nicht töten. Wann haben wir Verbote verlernt? Wir brauchen natürlich Verbote, das ist doch völlig klar. Genau. Vielen Dank.